Ich bin der Tollste und ich bin der Beste und ich kann alles oder ich muss alles können. Dieses Konzept bricht sehr schnell zusammen. Narzisstische Persönlichkeitsstörung meint auch eine bestimmte Akzentuierung der Persönlichkeit, eine bestimmte Neigung einer Persönlichkeit, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Also alles auf sich selbst zu beziehen. Das heißt sowohl Bewertung, also solche Persönlichkeiten sind sehr kränkbar, die fühlen sich sehr schnell bewertet, sei es positiv oder negativ. Dass das eine dann, narzisstische Persönlichkeiten neigen zur Selbstüberhöhung, also schreiben sich eher sehr, sehr viele positive, mächtige Eigenschaften zu. Dazu gehört aber auch im Sinne der Kränkbarkeit, dass das auch sehr schnell einstürzt, dieses Konzept. Also dieses Konzept ist sehr wackelig. Das Konzept der Selbstüberhöhung, des Konzepts, ich bin der Tollste und ich bin der Beste und ich kann alles oder ich muss alles können, dieses Konzept bricht sehr schnell zusammen. Weshalb dann sozusagen ein bisschen die depressive Seite, die gekränkte Seite, die an sich selbst zweifelnde Seite, ich kann gar nichts eigentlich zu einer Persönlichkeitsstörung, zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung dazugehört. Also es ist dieses starke Schwanken zwischen sehr von sich selbst überzeugten Seiten und auf der anderen Seite eben dann dieser depressiven, sehr zweifelnden Seite. Aber es ist wahrscheinlich am ehesten so, dass auch einfach Persönlichkeitsmerkmale auch schon angeboren sind, bestimmte Temperamente einfach an einer Persönlichkeit schon als Kind auch angelegt sind, sodass es einfach auch Neigungen dazu gibt, auf eine narzisstische Art und Weise auf soziale Kontexte zu reagieren. Und es gibt natürlich auch psychoanalytische Modelle, objekttheoretische Modelle, wie innere Objekte entstehen, die eher eine narzisstische Ausprägung haben. Das sind aber verschiedene Schulenkonzepte, sage ich mal, also wo es um bestimmte Ideen darum geht, wie eine Persönlichkeit überhaupt entsteht. Da gibt es verschiedene Modelle. Insgesamt ist es aber so, dass so im Bereich der Persönlichkeitsstörung man heute davon ausgeht, dass da zum großen Teil auch das Temperament eines Kindes eben eine Rolle spielt. Es gibt einfach narzisstische Persönlichkeiten, die einfach auch so schon auf die Welt kommen. Viele machen ja auch aus ihrem Narzissmus durchaus etwas. Das kann ja auch ein Antrieb sein. Die wollen ja meistens auch groß herauskommen, die wollen viel bewirken, die wollen eine wichtige Persönlichkeit in der Gesellschaft darstellen. Das ist ja auch eine treibende Kraft für so jemanden. Therapeuten sehen eher narzisstische Persönlichkeiten, die mit einem hohen Leidensdruck einhergehen, wo halt das Leiden so stark geworden ist, das Leiden an sich selber und vor allen Dingen auch an diesen Kränkbarkeiten, die man als Narzisst eben auch kennt, sodass dann daraus aus diesem Leidensdruck dann eigentlich der Therapiewunsch entsteht. Und das ist etwas, wo man dann ansetzen kann. Worunter leidet der Patient oder der Mensch dann eigentlich? Und da kann man dann ansetzen. Was ist das eigentlich? Und wenn der Patient dann oder der Mensch dann eben sagt, ich will diese Schwankungen nicht mehr haben, ich will diese Selbstüberhöhungen nicht mehr so haben, ich will aber auch diese Kränkbarkeit loswerden, dann hat man denjenigen ja so weit, dass er wirklich an sich arbeiten möchte und dann kann man mit ihm eigentlich auch konstruktiv da rangehen. Es braucht aber Zeit, weil Persönlichkeitsstörungen sind tief geprägte Muster und das kennt jeder an sich selber. So etwas zu verändern, das braucht Zeit, das sind Lebensthemen letztendlich. Das ist ein ganzes Wettbewerb.